Ich bin Rechtsanwalt Guido Lenné. Ich bin Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht. Unser Büro hat in den vergangenen Wochen, seit Bekanntwerden der P&R-Containerkrise, bereits rund 200 Beratungen von P&R-Geschädigten durchgeführt. In diesem Video beantworte ich Ihnen die Fragen, die für P&R-Geschädigte jetzt am wichtigsten sind. Die Insolvenzen der P&R-Gruppe betreffen 54.000 Menschen, also eine riesige Gruppe von Kapitalanlegern, die das gleiche Problem haben wie Sie. Oftmals stellen sich ähnliche Fragen. P&R existierte bis heute 43 Jahre lang am Markt und galt über lange Jahre ganz überwiegend als gute und solide Kapitalanlage. Die P&R-Geschädigten investierten hier rund 3,5 Milliarden Euro. P&R hätte unter anderem 1,6 Millionen Container besitzen müssen, tatsächlich aber fehlen davon rund eine Million. Da eine Million Container nicht versehentlich von Bord gegangen sein können, ist davon auszugehen, dass es bei P&R schon seit Jahren nicht mehr mit rechten Dingen zuging. Vermutet werden kann, dass P&R mit der Finanzkrise im Jahr 2007 in Schwierigkeiten geriet und diese zunächst durch Tricksereien versuchte zu überwinden. Die Zeit reicht sie dann offenbar nicht, um die Krise zu beseitigen und von der Trickserei ging man wohl über zu illegalen Machenschaften und am Ende wohl sogar zu einem Schneeballsystem, bei dem mit neuen Einzahlungen fällige Forderungen bedient wurden. Genaues muss noch ermittelt werden. Die Hintermänner bei P&R werden sich hier zu verantworten haben, zivilrechtlich und strafrechtlich. Auch die Staatsanwaltschaft ermittelt. Das Insolvenzverfahren wird voraussichtlich im Juli eröffnet. Der Insolvenzverwalter wird sie dann anschreiben und ihnen eine Frist setzen, innerhalb der ihre Forderungen an P&R zur Insolvenztabelle anzumelden sind. Das Insolvenzverfahren wird voraussichtlich einige Jahre dauern. Solche Mammutverfahren mit derart vielen Beteiligten, mit Auslandsbezug nach England und in die Schweiz und mit Milliardenbeträgen dauern häufig vier bis sechs Jahre. Auch noch längere Verfahrensdauern sind möglich. Es ist in dieser Zeit nicht mit Zahlungen zu rechnen. Es wird gerade am Anfang des Verfahrens immer wieder neue Nachrichten geben, bis alle Sachverhalte ausermittelt sind. Am Ende des Verfahrens, in einigen Jahren, wird ihnen die Quote, das ist ein Teil ihrer Forderung, ausgezahlt werden können. Die spannenden Insolvenzverfahren ist groß. Heute schon Vorhersagen anzustellen, ist kaum möglich. Wir haben in den vergangenen zehn Jahren aber an vielen Kapitalmarktinsolvenzen mitgearbeitet und haben einige Erfahrungswerte. Bei vielen Insolvenzen war es am Ende nicht ganz so schlimm, wie es am Anfang aussah. Mit erheblichen Verlusten ist den Insolvenzen aber immer zu rechnen. Aktuell rechnen einige Branchenkenner für die P&R-Geschädigten mit rund 15 bis 20 Prozent der anzumeldenden Forderungen. Unser Büro war schon einmal an einer sehr ähnlichen Insolvenz beteiligt. Hier gab es Rückflüsse von rund 50 Prozent. Selbst das wäre ein herber Verlust, den es nun zu minimieren gilt. Weil ich von älteren P&R-Anlegern oft gefragt werde, das, was ihnen aus der Insolvenzmasse zusteht, wird mitvererbt. Das Geld fließt also im Zweifel an ihre Erben. Ja, eindeutig und ganz klar, ja. Unsere Honorare sind viel geringer, als Sie vielleicht denken und in vielen Fällen auch ganz oder anteilig von Rechtsschutzversicherungen gedeckt. Grundsätzlich lässt sich sagen, je älter Ihre Rechtsschutzversicherung ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die P&R-Problematik von Ihrer Versicherung übernommen werden kann. Jetzt noch eine Rechtsschutzversicherung abzuschließen, macht keinen Sinn. Ein brennendes Haus versichert niemand gegen Feuer. So ist es auch beim Rechtsschutz. Aber auch ohne Rechtsschutzversicherung ist anwaltliche Unterstützung preiswert und anzuraten. Damit Sie eine Vorstellung davon bekommen, was Anwälte im P&R-Insolvenzverfahren berechnen können, schildere ich Ihnen ein Beispiel, wie es in den vergangenen Wochen oft in meinem Büro vorgekommen ist. Wenn wir Insolvenzforderungen von 25.000 Euro für Sie in die Betreuung nehmen, dann kosten wir zwischen 500 Euro und 1.000 Euro, je nachdem, welche Leistungen wir genau vereinbaren. Dieser Betrag ist einmalig. Für eine eventuell jahrelange Zusammenarbeit im Interesse Ihres Vermögens. Berücksichtigen Sie bitte unbedingt auch Folgendes. Sie selbst werden mit dem Insolvenzverwalter nicht kommunizieren können. Auskunftspflichtig ist er nur gegenüber dem beauftragenden Insolvenzgericht. Im eigenen Interesse an einer reibungsarmen Geschäftsabwicklung wird er sich mit den Vertretern großer Gläubigergruppen auseinandersetzen. Diese Erfahrung haben wir in den vergangenen Jahren oft machen dürfen. Sie können sich selbst darum kümmern. In den Insolvenzverfahren gibt es keinen Anwaltszwang wie in manchen Gerichtsverfahren. Im Zweifel sind Sie aber dann auf sich alleine gestellt. Und es ist schon heute absehbar, dass wir über ein komplexes Insolvenzverfahren sprechen, das vielfältige juristische Fragestellungen mit sich bringt. Deshalb ist unser Rat, nutzen Sie einen Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht zur Wahrung Ihrer Interessen. Ein Erstgespräch mit mir und meinen Kolleginnen und Kollegen, persönlich vor Ort oder telefonisch, ist kostenlos möglich. Ich freue mich auf unser Gespräch. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.